Willkommen bei VideoWissen. Mein Name ist Carsten Denker. Ich bin Abteilungsleiter am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam und leite dort die Abteilung für Sonnenphysik. Wissenschaft ging eigentlich schon sehr früh los. Im Gymnasium hatte ich mich entschieden, Mathe-Physik-Leistungskurs zu machen und dann auch relativ schnell den Entschluss gefasst, Physik zu studieren. Mit Astronomie oder mit Sonnenphysik hatte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gar nichts am Hut. Dann im Studium habe ich erstmal ganz normal Physik studiert. Das wurde mir ein bisschen langweilig zwischendurch. Dann habe ich nochmal angefangen, parallel dazu Sozialwissenschaften zu studieren. Habe sowohl in Physik als auch in Sozialwissenschaften ein Diplom, habe das also erfolgreich abgeschlossen. Aber in der Physik hatte ich mir dann das Ziel gesetzt, das heißt, ich wollte etwas machen mit schnellen, großen Rechnern. Und da fragt man natürlich seine Kommilitonen, wo kann man das denn tatsächlich machen? Und überraschenderweise ist das in der Sonnenphysik gewesen. Dort gibt es einige Anwendungen, die sehr rechenintensiv sind, zum Beispiel Strahlungstransportrechnung. Also wie entsteht die Strahlung auf der Sonne, die wir dann hier auf der Erde sehen. Aber auch Fragen nach der Bildrekonstruktion. Also wenn man die Sonne von der Erde aus beobachtet, schaut man ja durch die turbulente Erdatmosphäre und wie rechnet man diese störenden Einflüsse raus. Und das habe ich dort gemacht. Ja, die hat schon angedeutet, dass ich zwei Studiengänge gemacht habe. Physik mit der Spezialisierung Astrophysik und auch Sozialwissenschaften. Das hat jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viel damit zu tun, was ich heute mache, aber es ist doch noch ein sehr guter Hintergrund bei Fragen, wenn es um Sozialleistungsrecht geht. Also wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, sind das schon Dinge, die man wissen sollte. Es war auch ein bisschen Juristerei mit dabei. Also das hilft dann auch bei solchen Fragen. Aber letztendlich habe ich mich in der Astronomie und Astrophysik, speziell in der Sonnenphysik spezialisiert und habe dann dort auch in Göttingen meine Doktorarbeit angefertigt. Das ist manchmal gar nicht so klar zu benennen. Also viele Fortschritte passieren in kleinen Schritten. Aber wenn ich so ein bisschen zurückgucke, habe ich eigentlich das Glück gehabt, in fast allen größeren Instrumentierungsprojekten und Teleskopprojekten für die Sonnenphysik mitzuwirken. Das war zuerst in den USA. Da habe ich den Standort mit untersucht, wo das heutige Daniel-Nur-Sonnenteleskop steht auf Hawaii. Da hatten wir einen sogenannten Side-Survee gemacht, um uns die besten Standorte in der Welt anzuschauen. Da habe ich Beiträge geliefert. Dann als Postdoktorand bin ich zunächst ans Caltech gegangen in Kalifornien und habe dort am Big Bear Solar Observatory gearbeitet und war mitverantwortlich für die Planung und das Design des heutigen Gudi-Solar-Teleskops. Und naja, dann in 2007 bin ich hier ans Leibniz-Institut nach Potsdam gekommen und habe dort mit dem Gregor-Sonnenteleskop gearbeitet. Und wie gesagt, das in kleine Teile aufzuteilen, das ist vielleicht nicht ganz so praktisch, aber wenn man zurückschaut über längere Zeiten, dann sieht man schon, wo die einzelnen Beiträge der Arbeit geblieben sind. Das ist auch schwer zu beantworten. Manche Sachen ergeben sich einfach. Also nach dem Studium schaut man sich um, wo mache ich denn meine erste Stelle als Postdoktorand und das ist dann ein bisschen ein Zufallsprinzip. Wo bekommt man ein Angebot und ist man bereit, dann den nächsten großen Schritt zu wagen. Und bei mir war das dann gleich ein großer Schritt, also von Göttingen zuerst nach Pasadena in Kalifornien und dann noch ein paar hundert Kilometer weiter ans Big Bear Solar Observatory. Da muss man schon auch bereit sein, diesen Schritt zu machen. Der nächste Schritt war dann die erste Professur. Auch da bewirbt man sich natürlich auf verschiedene Stellen und auch da kommt es darauf an, dass man ein bisschen Glück hat. Aber das hat bei mir geklappt. Dann bin ich ans New Jersey Institute of Technology gegangen in Newark, New Jersey. Habe da erst angefangen als Assistant Professor. Und dann die nächste Herausforderung war die Rückkehr nach Deutschland, nach zwölf Jahren. Das sind Dinge, die man so ein bisschen unterschätzt. Wenn man wirklich zwölf Jahre aus Deutschland weg ist, wie lange es dann doch tatsächlich dauert, bis man sich wieder dort zu Hause fühlt und aber auch mit der Wissenschaft wieder dort ist, wo man in den USA aufgehört hat. Das hat also doch tatsächlich zwei Jahre gebraucht. Aber das ist jetzt auch schon längere Zeit her, hat alles geklappt. Also aktuell sind wir dabei, ein Kamerasystem in Betrieb zu nehmen am Vakuum-Turm-Teleskop auf Teneriffa. Da haben wir schon sehr gute Fortschritte gemacht. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, diese Beobachtung, die Fortschritte, die wir erzielt haben, um aufzuschreiben und so aufzubereiten, dass man das auch in einer referierten Veröffentlichung, in einer guten Zeitschrift veröffentlichen kann. Das ist jetzt nochmal so, ich sag mal, zwei bis drei Monate Arbeit, dass man da die ganzen kleinen Details herausarbeitet, die aber auch wichtig sind für die Forscherinnen und Forscher, die mit diesem Instrument dann in der Zukunft auch beobachten sollen. Mit diesem Instrument, mit diesem Kamerasystem, das ist angeschlossen an einen Spektrografen. Dieser Spektrograf spaltet das Sonnenlicht auf in die Spektralfarben und man zoomt eigentlich in ein ganz kleines Gebiet hinein, in dem man die sogenannten Fraunhofer-Linien sieht. Dunkle Absorptionslinien und die sind im Prinzip der chemische Fingerabdruck von Elementen, die wir in der Sonnenatmosphäre finden. Zum Beispiel Wasserstoff, was hauptsächlich auf der Sonne, in der Sonnenatmosphäre vorkommt, aber auch, ich sag mal, Spurenelemente von Eisen, Silizium, Kalzium. Und damit kann man in der Sonnenatmosphäre verschiedene Schichten sehen. Also man macht so etwas wie eine Tomografie, dass man in verschiedenen Schichten sich die physikalischen Zustände auf der Sonne anschaut. Und aus der Form und der Position der Spektrallinie kann man etwas lernen über Geschwindigkeitsfelder auf der Sonnenoberfläche, über Temperaturen, aber eben auch über Magnetfelder. Ja, das ist jetzt, ich sag mal, schon der letzte Schritt der Karriere. Man fängt an als Student, lernt etwas, dann kommt die Doktoratsphase, dann die Postdoc-Phase, dann, wenn man Glück hat und lange genug dabei bleibt, wird man vielleicht Professor oder ein erfahrener Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin an guten Instituten. Und jetzt kommen immer mehr Sachen dazu, mehr mit Verwaltung zu tun, aber auch zu gucken, dass die Sonnenforschung insgesamt in Deutschland, in Europa Fortschritte macht. Man sitzt da mehr in Gremien drin, man arbeitet mehr daran, wirklich auch nochmal mit einer Perspektive von 20 Jahren Projekte vorzubereiten. Das nimmt immer einen größeren Teil der Arbeit ein. Ich hoffe aber auch noch, dass in den Jahren bis zur Pensionierung, dass es so circa zehn Jahre noch ein bisschen Zeit bleibt für interessante Sonnenforschung. Und man hat natürlich auch den Vorteil, mit sehr guten, jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hier zusammenzuarbeiten, die einem dann auch mal die eine oder andere Arbeit abnehmen können und aber auch so viele tolle Ideen haben, dass man etwas gemeinsam machen kann. Also erst mal das zu machen, worauf man Lust hat. Gar nicht so viel auf das hören, was einem andere Leute erzählen. Also ich sage mal, bis man mit der Doktorarbeit anfängt, sollte man sich eigentlich auf das konzentrieren, was einem Spaß macht. Und dann wird es langsam Zeit, sich zu überlegen, will ich das wirklich machen? Und eine der wichtigsten Fragen ist, möchte ich in der Wissenschaft bleiben? Oder möchte ich was ganz anderes machen? Möchte ich in die Wirtschaft gehen? Möchte ich in die Kommunikation wissenschaftlicher Inhalte gehen? Oder manchmal auch, möchte ich was ganz anderes machen? Aber ich denke, das ist der Zeitpunkt, das Doktorat, wo man sich das überlegen sollte. Aber ich kenne es auch aus Biografien. Es ist nicht zu spät, sich auch später nochmal umzuentscheiden. Aber ich denke, das Wichtigste ist, immer versuchen, den Spaß dabei zu behalten und vielleicht auch Wege zu gehen, die man sich am Anfang nicht zugetraut hat. Einfach mutig sein, auch mal aus der gewohnten Umgebung weggehen. Und wenn man das ausprobieren möchte, gibt es ganz, ganz tolle Programme. Die fangen schon im Studium an. Austausch ins Ausland. Das kann ganz klein sein, dass man an einer wissenschaftlichen Tagung teilnimmt. Oder ein Sommerschulen- oder Winterschulenprogramm. Oder vielleicht sogar einen Teil der Bachelor- oder der Masterarbeit im Ausland anfertigt. Also ich denke, das sind ganz gute Wege, auch zu gucken, wo man selber später einmal hin möchte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017